sprechen wir mal über den profit faktor anleihenmarkt anleihen sind auch ein teil den wir hier bei ticmel im trading repertoire haben wir können diesen nutzen für den diversifikativen handel und aus diesem grund schauen wir jetzt mal drauf was ist denn überhaupt der anleihenmarkt gehört hat sicherlich schon mal jeder heute sprechen wir mal hier im detail was entsprechend alles möglich ist bevor wir ins webinar tief einsteigen an dieser stelle wie immer der risikohinweis der handel mit devisen und cfds der kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren all das was wir jetzt sagen und sehen und hören sind veranschaulichende dinge das heißt alles für die weiterbildung und das ist wichtig dass sie das wissen und wenn sie das ganze auch traden bitte kümmern sie sich darum dass sie auch entsprechend dieser handelsvehikel kennen wer da noch nicht ganz so sattelfest ist holen sie sich fachkundige beratung dass sie entsprechend mit den möglichkeiten am kapitalmarkt auch gut arbeiten können schauen wir mal auf die agenda es geht heute um den bondmarkt wir schauen wie anleihen funktionieren auf der agenda steht also wir schauen was anleihen sind wir gucken uns mal die wertberechnung an warum das wichtig ist werden sie dann im verlauf des webinars sehen und dann schauen wir auch mal wie sie das ganze hier entsprechend auch im eigenen handel mit umsetzen können das mal die themen für den heutigen tag und von meiner stelle auch wer hier fragen hat einfach in die webinare hinein klicken hier im go to webinar beziehungsweise auch auf facebook einfach ins chatfeld die frage schreiben und die beantworte ich dann entsprechend auch sehr 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 gern hier sehen sie mal ein kleines bild das habe ich aus wikipedia herausgenommen eine sehr sehr alte schuldverschreibung hier eine anleihe des deutschen reiches früher gab es die wirklich noch in papierform ich kann mich auch noch erinnern an der bank als ich in ende der 90er jahre meine lehre dort gemacht haben da kamen wirklich auch noch die leute mit auf papier ausgegebenen anleihen mit den coupons unten dran dann gab es dann jedes mal kupon zahlung große schlangen an den kassen da kam die leute mit den entsprechenden anleihen haben die papiere hingegeben da wurde mit der schere unten entsprechend abgeschnitten der coupon der ganze dann verrechnen also das war schon eine interessante zeit es hat sich heute alles etwas geändert in der zeit der digitalisierung kommt das ich glaube gar nicht mehr vor ich meine ich bin jetzt auch nicht mehr in der bank bin da schon eine ganze weile raus ich weiß nicht ob noch irgendwelche papieranleihen im umlauf sind wo es wirklich noch coupons gibt aber ich denke das wird mittlerweile alles auch ganz normal digital abgewickelt ist ja auch viel 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 entspannter aber es war schon interessant auch ein stück der historie da entsprechend mitzubekommen aber schauen wir einfach mal drauf das thema anleihen viele haben es ja entsprechend auch sicherlich schon gehört an dieser stelle was sind denn entsprechend anleihen sind unter verschiedenen begrifflichkeiten an den märkten beziehungsweise auch in den medien vertretbar man spricht bei anleihen von festverzinsten wertpapieren von sogenannten rentenpapieren man kennt das ganze auch als schuldverschreibungen im englischen über das ganze bonds genannt also es gibt hier verschiedene begrifflichkeiten die aber alles in allem im gesamten ähm sozusagen äh ja den begriff der anleihe betreffen und quasi dasselbe vehikel an dieser stelle auch mit meinen das heißt diese anleihen sind dazu da einen bestimmten zweck zu erfüllen und die anleihen haben jeden fall einen schuldner und einen gläubiger derjenige der der schuldner sozusagen der bekommt geld und der schuldner ist entsprechend in der pflicht die entsprechenden zinsen an den gläubiger zu bezahlen und auch für die rückzahlung des kapitals zu sorgen das mal die grundlage hier für den schuldner für den gläubiger der hat das verbriefte recht die zinsen zu erhalten und auch er hat das recht auf die rückzahlung des geliehenen geld ist das heißt hier das ist mal so der charakter der anleihen und diese anleihen werden im endeffekt als vehikel dazu genutzt bestimmte sachen zu finanzieren in aller regel sind das sachgüter das sind im bereich der unternehmen sind das die maschinen parks beispielsweise oder die immobilien im privaten bereich sind ebenfalls auch immobilien also in der regel sind es sachgüter und ausgegeben werden diese 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 anleihen in der regel durch finanzinstitutionen oder auch staaten jeder wird schon mal von der unternehmensanleihe gehört haben oder auch von sogenannten staatsschuldverschreibungen also hier die staatsanleihen in diesem bereich das sind so anleihen die entsprechend ausgegeben werden und die können wir entsprechend auch teilweise als private mit ja kaufen bei der bank sozusagen aber wie das ganze gemacht wird das schauen wir uns dann nachher in diesem bereich mit an also hier zum thema anleihen war das mal der bereich welche rechte und pflichten das heißt die anleihe an sich funktioniert so dass sag ich mal wenn sie jetzt beispielsweise auch zur bank gehen wollen das kennen sie vielleicht sie wollen einen kredit haben für ihre immobilienfinanzierung und die bank finanziert diese kredite dann entsprechend über anleihen die werden dann entsprechend begeben da ist es dann so dass sie zur bank gehen sie sagen ich möchte so und so viel geld für mein kredit haben und damit sagt dann die bank gut wir machen hier eine prüfung wir besichern entsprechend ihre immobilie die nehmen als sicherheit mit rein und dafür bekommen sie zum beispiel 300.000 euro als darlehen und sie unterschreiben dann mit der bank einen vertrag wo sie sagen okay die finanzierung also das rückzahlgeschäft ist jetzt beispielsweise auf zehn jahre ausgelag gelegt sie bekommen entsprechend einen betrag von 300.000 euro auf ihr konto überwiesen sie verpflichten sich in regelmäßigen abständen die zinsen zu bezahlen meistens gibt es auch noch tilgungspläne aber fest steht eins am ende der laufzeit muss das geliehene kapital auch zurückgezahlt werden das in diesem bereich also so klassisch funktioniert das mal ganz einfach an dieser stelle auch beschrieben bei den anleihen an sich unterscheidet man noch grob in zwei dinge es gibt zum einen die besicherten anleihen das sind die pfandbriefe also da zählen zum beispiel auch immobilienfinanzierung mit dazu das heißt hier werden sicherheiten hinterlegt und das andere sind die sogenannten unsicheren unbesicherten anleihen das sind staats oder auch unternehmensanleihen wo einfach der emittent der herausgeber entsprechend dafür sorge trägt mit seiner bonität zu sagen ja wir zahlen das geld auch wirklich zurück das heißt hier sind diese in der regel auch nur auf die bonität des schuldens abgestellt es gibt da keine zusatzsicherheiten in diesem bereich höhere bonitäten gibt geringere risikoaufschläge das hören sie auch wenn sie in diesem bereich meine nachrichten hören beispielsweise thema staatsanleihen wenn ein staat probleme hat wie wir das jetzt neulich in italien gehört haben da hat man halt in den medien gehört der die risikoaufschläge für die italienische staatsanleihen die sind gestiegen und das sind die dinge wo man einfach merkt okay das ist jetzt thema bonität und wenn die risikoaufschläge steigen halt auch die kosten für so eine für so eine anleihe entsprechend das heißt es wird für den für den schuldner teurer sich an dieser stelle zu finanzieren weil einfach das risiko eines ausfalls nach oben geht und dieses risiko wird dann entsprechend durch höhere zinsen ja mit einkalkuliert in die ganze geschichte das thema der wertberechnung ja das ist ein bisschen anders als die die wertberechnung bei der aktie entsprechend kennen hier bei der wertberechnung ist es so dass wir wichtige parameter haben wir wissen ja wir haben ja gerade gehört eine anleihe die läuft über einen bestimmten betrag das ist die eine geschichte aber auf der anderen seite haben wir halt hier immer noch das thema wie lange läuft das denn wie hoch sind die zinsen wie hoch ist die bonität des schuldners und wie ist denn der allgemeine marktzins das heißt diese drei einflussfaktoren sind mal wichtige punkte die zur wertberechnung einer solchen anlei herangezogen werden einfach gesagt ist der markt macht entsprechend alles gleich das heißt derjenige der sich das geld jetzt neu am kapitalmarkt besorgt also wenn sie sich jetzt beispielsweise eine anleihe kaufen wollen in eine anleihe investieren wollen da gibt es ja renditen so und die rendite muss für die laufzeit angepasst gleich sein also derjenige der vor fünf jahren die eine anleihe gekauft haben die noch drei jahre läuft der bekommt an heutiger stelle dieselbe rendite wie sie wenn sie heute einsteigen und bis zum ende der laufzeit das ganze laufen sie haben die gleichen renditen und das ist das was so ein bisschen auf die preis berechnung entsprechend der anleihen hier im markt mit eingehen das heißt wir machen jetzt hier an dieser stelle mal ein praktisches beispiel was ich hier in diesem praktischen beispiel rausnehmen ist ich nehme mal den risikoeinfluss der bonität raus das macht das ganze ja an dieser stelle etwas anders in der kalkulation gerade bei der neuauflage beziehungsweise der preis berechnung deswegen ich lasse das mal außen raus auf den klassischen charakter diese anleihe möchte ich aber trotzdem mal eingehen damit wir hier sehen was kommt denn überhaupt entsprechend am markt an das heißt wie funktioniert das ganze das heißt wenn wir das hier mal sehen ich hatte ja auch gerade gesagt der markt macht entsprechend alles gleich das heißt wenn wir uns mal diese preis berechnung anschauen ich hole mal kurz eine excel tabelle rüber und wir sagen beispielsweise wir haben jetzt hier eine 1 1 1 1 1 1 kapital beispielsweise von um das einfach zu berechnen von 10.000 euro also 10.000 euro haben wir jetzt hier in diesem markt drinnen liegen das sind 10.000 euro an dieser stelle so jetzt muss ich mal ganz kurz schauen dass wir das auch im preisbereich mit machen hier oben zack euro rein zack da haben wir die euro dann haben wir entsprechend die die zinsen also den zins sagen wir mal eine anleihe von 3 prozent das heißt hier drei prozentige anleihe und wir haben eine laufzeit von fünf jahren beispielsweise dann ist es so dass wir jetzt am ende wenn diese fünf jahre um sind haben wir entsprechend fünf mal drei prozent zinsen bekommen das heißt wir bekommen pro jahr hier an dieser stelle 300 euro zinsen das ganze mal fünf das sind jetzt 1500 euro zinsen die entsprechend die person bekommt die diese ja anleihe zur auflage zur zeichnung sozusagen entsprechend auch bekommen hat das sind mal die grundsätzlichen daten hier an dieser stelle das ist mal der punkt und der wert zur ausgabe sind 100 prozent und der wert zur rückgabe also wenn die anleihe zurückgezahlt wird ist ebenfalls 100 prozent ja das heißt die zahlen am ende das geld was sie bekommen haben als schuldner zurück und wenn sie jetzt derjenige sind der geld gibt ist es so dass sie am ende wenn sie am anfang 10.000 euro eingezahlt haben also das ist der sogenannte nominal wert also die zinsen berechnen sich auch immer auf den nominal wert und nicht auf den aktuellen wert der anleihe dann ist es so am anfang nominal wert ausgabe wert sind 100 prozent also 100 in diesem fall und zur rückgabe auch entsprechend wieder die 100 das sind mal die grundlegenden sachen so das passt und wenn sie jetzt sozusagen am ende der laufzeit 100 zurückbekommen haben sie über diese drei fünf jahre 1500 euro zinsen oder bekommen so jetzt haben wir eine andere situation jetzt haben wir hier beispielsweise eine laufzeit oder welche zu sehen gehen wir mal wieder von diesen 10.000 euro hier an dieser stelle aus der zins ist ebenfalls drei prozent dann wäre das gleich zu rechnen aber wenn wir jetzt beispielsweise eine anleihe haben die hier in diesem bereich nur beispielsweise eine verzinsung von einem prozent hat ja dann haben wir hier eine ganz andere kalkulation das heißt wenn diese anleihe hier in diesem fall auch schon laufen würde dann hätten wir die situation dass der aktuelle zins entsprechend bei einem prozent ist aber der markt macht über die zeit alles gleich das heißt an dieser stelle ist es so dass die rendite am ende ich schreibe hier oben mal hin zinsen schrägstrich rendite das ist wahrscheinlich das bessere wort dass das gleich ist das heißt der markt der macht das ganze gleich an dieser stelle das heißt hier müssen wir am ende na ich mache das ganze mal kleinen problem das ist halt live jetzt muss ich immer noch eine zeile einfügen hier haben wir eine rendite 1500 euro am ende hat er hier auch 1500 euro weil das die entsprechende rendite grad am markt ist für diese laufzeit so aber sie bekommen an dieser stelle für diese zweite anleihe weniger zinsen und das ist der punkt wo die wertschwankungen herkommen das heißt wenn die zinsen jetzt an dieser stelle sinken dann haben wir zwischendurch einen höheren wert der entsprechenden anleihe das heißt hier oder einen niedrigeren wert der anleihe wo wir dann die rendite herauskommen das heißt wir würden ja hier bei dieser zweiten anleihe über diese fünf jahre entsprechend hier nur 500 euro an zinsen bekommen so das sind mal 500 euro aber die rendite hier an dieser stelle macht es ja entsprechend anders das heißt diese 1000 euro die hier entsprechend fehlen ja das ist der wert der dann entsprechend auf die entsprechende bepreisung einfluss hat das heißt sie kriegen jetzt über diese 500 euro zinsen plus den kurs den kaufkurs den sie entsprechend haben das heißt hier bei dieser anleihe hätten sie einen anderen kaufkurs das heißt der kaufkurs ist hier an dieser stelle ein anderer das heißt sie haben jetzt hier keine 100 kaufkurs sondern sie haben einen niedrigeren kaufkurs der kaufkurs sinkt weil sie über diese fünf jahre diese 1000 euro ja entsprechend abzinsen müssen und das gibt dann entsprechend hier den niedrigeren kaufkurs das heißt der kaufkurs an dieser stelle der sinkt und bringt sie dann in die situation dass sie entsprechend über die fünf jahre immer noch einen prozent hinzugewinnen das heißt der kaufkurs sinkt und ihr kaufkurs wären hier sozusagen 95 der rückzahl kurs wären dann auch 100 so und damit bekommen sie hier sozusagen halt hier 90 nicht 95 wir brauchen ja 1000 obendrauf das heißt die zehn prozent die 1000 euro bekommen sie über den kurs zurück und die zinsen die 500 euro bekommen sie monatlich also jährlich dann entsprechend ausgezahlt und am ende haben sie bei der oberen anleihe 1500 euro rendite und bei der unteren anleihe 1500 euro rendite an diesem an diesem punkt die gleiche berechnung hat man auch wenn man unterjährig einsteigt dann hat diese anleihe halt entsprechend auch einen gewissen prozentsatz an diesem punkt und dieser prozentsatz der dreht sich immer wieder wenn wir uns das ganze beispielsweise mal angucken ich schaue jetzt mal wo gehen wir mal hin ich gucke mal auf die seite von unvista beispielsweise da kann ich ihnen das mal ein klassischem beispiel entsprechend hier auch zeigen ich schon mal die unvista seite rüber und dann schauen wir mal eben ganz kurz am anleihesektor hier drauf so muss man kurz gucken hier haben wir die anleihen beispielsweise und jetzt machen wir hier mal emittenten typ so gucken mal dass das ganze passt währung hier in euro land machen wir mal fälligkeit 2000 ein bisschen altes zeugs so suchen emittenten typ nehmen wir beispielsweise unternehmen restlaufzeit nehmen mal drei jahre und dann sehen wir hier entsprechend schauen sie sich das mal an wir haben hier unterschiedliche geldkurse hier sehen wir die coupons so und hier sehen wir und das ist der unterschied den sie sehen schauen sie mal ja mal in etwa die gleichen laufzeiten hier haben wir coupon von vier prozent hier haben coupon von zwei prozent gut hier kriegen wir jetzt kein kurs hier haben coupon von 1,5 prozent ich will jetzt mal nicht auf die bonitäten der unternehmen und sowas eingehen aber sie sehen halt sie haben hier ähnliche laufzeiten sie haben hier unterschiedliche coupons dadurch haben sie definitiv unterschiedliche geld und briefkurse das heißt sie kaufen zu unterschiedlichen preisen und hier ist es halt so für die anleihe die teurer ist also wo sie bessere coupons bekommen zahlen sie hohen aufschlag im gegengleich im vergleich zum zu der anleihe die niedriger verzinst ist da haben sie es niedriger und das ist der punkt wo der markt das ganze entsprechend gleich macht das heißt was wir hier an dieser stelle entsprechend mitnehmen können aus dem ganzen ist folgendes wenn wir während der laufzeit die anpassung an das aktuelle zinsniveau machen dann ist es immer so dass der kurs der anleihe reagiert so und bei den anleihen ist folgendermaßen das ganze wenn entsprechend die zinsen am markt im vergleich zu der anleihe die fest ist also beispielsweise diese anleihe hier oben die ist ja fest da haben wir den zins von drei prozent und die steht jetzt aktuell bei einem zins von drei prozent was weiß ich bei 107 euro oder bei 107 generell und wir haben jetzt die verzinsung von einem prozent und der marktzins steigt beispielsweise auf zwei prozent dann fällt der kurs dieser anleihe weil einfach die zinsdifferenz zwischen der laufenden anleihe und der neu ausgegebenen anleihe also dem aktuellen marktzins der wird kleiner und dadurch sinkt der wert der entsprechenden laufenden anleihe nach unten das heißt hier in diesem punkt muss man so ein bisschen im kopf drehschalter sehen wenn sie sich die anleihe kurse anschauen wir schauen auch gleich über die handels vehikel die wir haben beispielsweise den bund future den können wir hier auch traden bei tippen da ist es so steigende zinsen haben negative auswirkungen auf die kurse das heißt wenn die zinsen steigen sinken die kurse der anleihen und das ist die wichtigste nachricht hier an diesem punkt die wirklich mit zu sehen kommt dass man das verständnis dafür steigende marktzinsen wirken negativ auf die kurse der anleihen fallende marktzinsen wirken positiv auf die kurse der anleihen das ist das was man hier entsprechend auch mit sieht also das mal zur wertberechnung wirklich ganz vereinfacht banken machen das mit mit rechentools und so weiter und so fort aber ganz grob kann man so mal die richtung bestimmen warum die preise der anleihe steigen oder entsprechend fallen so und wenn wir uns den handel mal anschauen dann ist es so eine anleihe eine klassische anleihe also wenn sie jetzt zum beispiel eine staatsanleihe oder eine unternehmensanleihe für ihr portfolio kaufen die kaufen sie klassisch bei ihrer bank übers parkett in frankfurt beispielsweise da wird die anleihe dann gekauft zu dem entsprechenden preis die kommt in ihr portfolio rein dann bleibt die liegen die kriegen die zinsen am ende wenn alles passt das geld zurück fertig aus die muss das ist mal so der klassische handel für eine anleihe die sie in ihr portfolio reinpacken wollen kann das auch aktiv schrägen es gab auch schon zeiten ich kann mich daran erinnern zur lieben krise da war das hervorragend da konnte man sehr sehr schön aktien beziehungsweise im anleihen auch schrägen mehr habe ich auch gemacht tief gekauft hoch verkauft hat einfach spaß gemacht das ist auch ein weiterer ansatzpunkt aber über den wollen wir hier an dieser stelle heute entsprechen wir schauen einfach darum wie können wir denn von den laufenden bewegungen der bund märkte entsprechend profitieren und das ganze geht dann entsprechend über die futures beziehungsweise diejenigen die nicht die futures bewegen können einfach weil es von der portfolio mischung keinen sinn macht da ist es so dass wir hier bei ticmel die cfds drauf haben und da haben wir entsprechend hier die cfds auf die entsprechenden futures und bei den futures ist es so wir haben hier vier verschiedene laufzeit wir haben kurz mittellange und sehr lange laufzeiten das schauen wir uns auch gleich mal an diese informationen wie diese futures funktionieren die finden sie beispielsweise auf der eurex ich suche die website der eurex gerade mal ganz kurz raus kleinen augenblick so eurex da haben wir sie eurex exchange ist die website ich rufe sie gerade mal eben auf dem auf dem browserfenster auf sobald ich sie geladen habe sie ihn rüber hier so dann haben wir hier die produkte das passt ich suche kurz raus das ganze hier sprache stelle ich für sie mal auf deutsch um so also nehme ich das ganze mal hier rüber das ist die website der eurex wo wir uns einfach mal die futures angucken können warum gucken wir uns hier die futures an wenn sie den cfd schreden ist es wichtig dass sie den future kennen dass sie wissen wie er funktioniert und das ganze schauen sie sich am einfachsten an um das basis instrument zu verstehen das ist halt so wer das basis instrument versteht kann einfach mit dem cfd deutlich besser arbeiten das heißt wir gucken uns jetzt mal hier die produkte entsprechend an dem produkt überblick und dann schauen wir mal in die futures für die entsprechenden zinsen rein soll jetzt muss ich nur gucken dass die seite hier auch lädt so dann brauchen wir hier das ganze im zinsbereich und da sehen wir hier diese entsprechenden werte und wenn wir da hier drauf klicken beispielsweise beim euro bund da bekommen wir dann die informationen die ich ihnen auch schon ins webinar mit eingeblendet habe die seite hier ist ein bisschen langsam im zugriff da müssen wir mal kurz ein bisschen augenblick geduld haben da finden wir dann alle informationen die wir hier entsprechend auch mit brauchen um zu sehen was ist es denn wie ist das ganze bei den parametern ich glaube bei den parametern hat uns reingeschrieben kleinen augenblick hier da haben wir es im handel steht es drin also wir haben ja entsprechend diese vier marken das heißt kurz mittel lang und sehr lang und da sehen sie auch an den laufzeiten ja der kurze sind 1,75 bis 225 die 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 restlaufzeit in jahren in der mitte sind es viereinhalb bis fünfeinhalb im langen sind achtenhalb bis zehnenhalb und im langen also im extra langen bereich sind es 24 bis 35 jahre das ist mal so die restlaufzeit die hier entsprechend auch mit nach nach hinten gelegt wird hier sehen sie es das sind halt anleihen wo ein fixer coupon hinterlegt worden ist der ist halt synthetisch so fest hinterlegt und das ganze zur preisberechnung auch mit heranzuziehen und wir sehen auch hier im euro bereich ein kontrakt wert hat immer 100.000 euro das heißt wer einen bund future traded den gesamten future der würde entsprechend einen gegenwert von nominal 100.000 euro traden das ist beim cfd ein bisschen anders aber die grundberechnung her warum der wert sich nach oben oder nach unten bewegt das kommt hat entsprechend auch aus der aktuellen zinssituation und hier sind die aktuellen zins kurven sie wissen ja wir haben in europa im kurzfristigen bereich gerade eine verzinsung von null und das gibt dann halt entsprechend mit der entsprechenden laufzeit und den coupon von 6% die aktuelle rendite und wenn die zinsen jetzt wieder ansteigen dann werden hier die renditen beziehungsweise die prozentsätze die werte in die diese future angegeben werden entsprechend nach unten mit laufen und das ist auch das was wir sehen hier bei ticken wir werden uns das ganze mal anschauen in den charts ich gehe auch gleich mal in die charts mit rein hier das marktübersicht mache ich gleich mal auf hier haben wir entsprechend die anleihen und hier sehen sie es auch schauen sie mal hier ist der fgbm hier ist der fgbl hier ist der fgbs und hier ist der fgbx future also dahinter gepackt und das ist das was sie hier sehen und wenn wir jetzt einfach mal hier drauf gucken bei den langläufern hier da sehen wir jetzt hier auf der tagesbasis beziehungsweise auch auf der wochenbasis also wir sehen hier erst einmal einen markt der nach unten tendiert aber und das ist das das ist der punkt kleinen augenblick jetzt müssen wir mal ganz kurz rein also der markt der nach unten laufende markt hier hat entsprechend reagiert auf die entsprechenden märkte und das ist das was wir hier an bewegungen auch bekommen das heißt beispielsweise immer dann wenn auch zentralbanken sprechen oder es sich andeutet dass die zinsen steigen wie wir das hier auch gesehen haben der markt hier der implizierte hier für eine ganze weile steigende zinsen so jetzt ist der preis wieder gestiegen das heißt hier ist momentan kurzfristig eine implikation einfach dazu dass man doch ja ich sag mal mal keine steigenden zinsen sondern wieder rückläufige zinsen sieht das ist einfach dieses hin und her hier an diesen märkten das ist auch sehr nachrichten getrieben aber was sie hier halt sehen sind auch in diesen märkten wir haben immer wieder schöne trends in diesem bereich und diese trends die können wir auch zum schweden mit nutzen und diese handels vehikel auch mitnehmen und das fällt halt denjenigen deutlich einfacher auch von der nachrichtengestaltung die wissen wie diese preisbildung hier entsprechend auch geschieht und deswegen habe ich hier mal heute in diesem webinar ein kleines bisschen information dazu gegeben wie halt oder warum jetzt beispielsweise bei steigenden zinsen die kurse vom bund fallen und bei fallenden zinsen die kurse vom bund entsprechend steigen dass sie das einfach mal so ein bisschen im gespür haben im gefühl dafür haben und das ganze für sich für das portfolio auch mit nutzen können ich hoffe es war ein bisschen interessant es hat ihnen so ein klein bisschen ja die augen geöffnet was man mit diesem vehikel auch machen kann wie so ein bisschen die bewegungen funktionieren warum der markt steigt oder fällt was da ursprüngliche gründe für sein können um das ganze für ihr trading mit zum handel auch aktiv und effektiv zu benutzen wer noch fragen hat hier entsprechend sie können gerne im nachgang auch wieder per mail auf uns zukommen wenn sie das haben ansonsten hoffe ich es hat ein bisschen geholfen ein paar informationen gegeben an dieser stelle danke für ihre zeit an dieser stelle